Also 1989 waren ja eben, wie gesagt, diese Wadimus und da lag ja einiges im Argen und dann gab es auch noch so einen Volksbildungskongress und sowas alles und in Leipzig liefen schon relativ große Aktionen, da waren ja immer diese Montagsgebiete und die Leute waren aber auch dort der Meinung, dass sie langsam aber sich raus müssen aus der Kirche, also die haben sich zwar getroffen in der Kirche, haben das auch alles mitgemacht, sind dann aber auch, wollten auch raus, wollten auch zeigen, jetzt gibt es ja diese wunderbaren Bilder mit so einem Transparent für ein freies Land mit freien Menschen und sowas und da sind relativ viele verhaftet worden und gerade im September 1989 und wir haben dann in Berlin natürlich das mitbekommen und haben dann überlegt, wir müssen jetzt irgendwas machen. Also das kann nicht angehen, dass wir jetzt hier wochenlang von den Leuten nichts mehr hören. Also speziell damals ging es uns, habe ich zumindest noch so in Erinnerung, um Katrin Hattenhauer, weil mit der hatten wir wiederum relativ gute Kontakte, Beziehungen und dadurch wussten wir eben, was in Leipzig auch los ist, eben anhand ihres Beispiels sozusagen, weil andere sind wieder rausgekommen, nur sie nicht. Und dann haben wir ja zusammengesessen und mit dem Pfarrer Walter Schilling und ja, hatten irgendwie nur blöde Ideen, also wirklich nur dusseliges Zeug im Kopf, ja, also und hatten natürlich auch unsere Späße und ich bin dann nochmal runter, also wie gesagt, das Treffen, was wir hatten, war in der Umweltbibliothek in der Galerie und ich bin dann nochmal runter, weil wir hatten dort gegenüber, in der Gribinusstraße, gegenüber von der Umweltbibliothek war eine Telefonzelle, die war so in so einem Haus angebracht. Da hatte ich nochmal angerufen in Leipzig und da gab es nichts Neues und dann, ja, kam es irgendwie darauf, na gut, dann müssen wir eben uns überlegen, ob wir eine Mahnwache machen. Und eine Mahnwache war ja damals nicht irgendwas Einfaches, sondern das war eigentlich schon das Nonplusultra, weil nämlich öffentlichkeitswirksam und es können ein Haufen Dinge passieren, also du kannst verhaftet werden, du kannst im Knast landen, du kannst im Westen landen, alles Mögliche, aber nicht das, was du eigentlich willst, nämlich die Freilassung der Inhaftierten. Und ja, dann haben wir das beschlossen und dann sind Leute von Weißensee auch, von Weißenseeer Friedenskreis, also speziell Eberlin Zupke und Ralf Sköris und Mario Schatter und so, die sind dann los und haben versucht eine Kirche zu finden, wo man das machen könnte. Ja, das war gar nicht so einfach. Also Kirche war ja nicht Opposition, sondern es waren eben einzelne Pfarrer, die den, ich sag es mal so salopp, den Arsch in der Hose hatten. Und dazu gehörte eben über Jahrzehnte hinweg Walter Schilling für die Umweltbibliothek eben Hans Simon und für Gizemani dann eben Bernd Albani beziehungsweise Werner Widrat, der ja das eigentlich beschlossen hat.